Hallo und herzlich Willkommen im Wald zum Adventskalender 2023. Ich wollte einfach nur, bevor es mit der ersten Folge losgeht, ja dann wahrscheinlich ein ganz kleines bisschen Überlänge, ein paar Worte zur Erklärung vom Adventskalender finden. Erstens für diejenigen, die den Adventskalender noch nicht kennen. Es gibt 24 Tage lang, jeden Tag ein vergleichsweise kurzes Video, hoffentlich nicht länger als eine halbe Stunde. Und ja, das bis zum 24. Und davor gibt es jeweils die Adventskalendermelodie. Seit den Adventskalender gibt es das immer die gleiche, wird auch immer die gleiche bleiben, ist verdammt nochmal traditionell so. Und dazu irgendein olles Bildchen. Letztes Jahr war es leider immer dasselbe. Das ist ein bisschen unkreativ gewesen, deswegen haben wir uns diesmal überlegt, da wir auch keine Lust hatten, jede Menge Fotos aufzunehmen, die man dann verwenden kann. Nutzen wir doch mal die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz und experimentieren damit ein bisschen. Vor allen Dingen hat das Frau gemacht. Und ich bin gespannt auf das Ergebnis und kenne die Ergebnisse zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch gar nicht. Zum Zeitpunkt, wenn sie dann kommen, logischerweise schon. Und ja, wir dachten, wir versuchen es einfach mal. Also die kleinen Bildchen mit der jeweiligen Nummer des jeweiligen Tüchings, des Adventskalenders, die sind alle KI generiert. Und grundsätzlich stehe ich der künstlichen Intelligenz durchaus aufgeschlossen gegenüber. Das liegt einfach daran, dass man als Naturwissenschaftler die Idee, dass Entscheidungsfindung und Denken rein auf Logik und Mathematik basieren, wie es eine künstliche Intelligenz letzten Endes, wenn sie dann ganz stark und ganz kreativ für künstliche Intelligenzverhältnisse her wäre, ja tun würde. Diese Idee finde ich, wie gesagt, als Wissenschaftler gar nicht mal so scheiße, da das Ding keine Emotionen hat und Emotionen nicht immer zu guten Entscheidungen führen. Mal gucken. Ein Stück weit Angst habe ich vor der Entwicklung in Richtung KI natürlich trotzdem. Wir erinnern uns an Skynet und das, was die so angestellt haben, wenn nicht Terminator angucken, 1 bis, ja theoretisch kann man den dritten schon noch anschauen. Der ist auch nicht mehr ganz so gut. Aber mindestens Terminator 1 und 2, dann wissen wir Bescheid. Und ja, das einfach nur so als ein paar eingehende Worte. Also ihr müsst jetzt niemanden dafür loben, dass das Bild am Anfang besonders hübsch oder besonders hässlich ist, nur damit ihr da einfach Bescheid wisst und ich euch die Arbeit ersparen kann, unnötigerweise dazu Kommentare zu verfassen. Könnt ihr natürlich trotzdem auch machen, wenn ihr das besonders spannend und interessant findet und dazu noch eine Meinung von wem anders hören wollt, selbstverständlich. Aber nur damit man es erklärt hat. Ja, Adventskalender bedeutet ja, die Themen haben Winterbezug. Habe ich bisher zumindest versucht, einigermaßen den Winterbezug hinzukriegen. Beim ersten Adventskalender war das noch einfach. Beim zweiten war es dann schon ein bisschen schwierig. Ich glaube, der dritte war, ja, der letzte war der dritte. Da wurde es dann ziemlich schwierig und dieses Jahr habe ich es vollkommen aufgegeben. Wir haben also keinen Winterbezug mehr, außer dass einige Türchen im Winter gedreht sind, weil ich das Glück habe, dass dieses Jahr der Winter so früh da ist, dass ich ja im Winter was aufnehmen kann. Also hier da hinten so leichte Reste von Raureif oder Ansätze von Raureif könnt ihr vielleicht erkennen. Wenn nicht, zeige ich sie euch mal schnell. Und manche der Türchen, wie gesagt, werden Spuren von Winter enthalten. Andere dann halt eben gar nicht. Also das geht nicht. Ich kann nicht jedes Jahr Winterthemen machen. Die sind mir jetzt nach 48, 72 Türchen langsam ausgegangen. Daher ist das hoffentlich in Ordnung. Ja, und damit wünsche ich dann viel Spaß bei Türchen Nummer 1. Das geht so, wie gesagt, bis zum 24. weiter. Ich hoffe, es kommt nicht zu Lücken. Ich bin nicht so wirklich gut dabei, was die Vorproduktion angeht. Das war schon besser. Es war aber auch schon schlechter. Also müsste ich es eigentlich schaffen, dass es nicht zu Lücken kommt. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid. Und viele von euch ja auch regelmäßig dabei sind. Und das freut mich dann ganz besonders. Und dann lassen wir das Jahr damit ein wenig ausklingen. Macht's gut und bis morgen. Beziehungsweise bis gleich, weil es kommt ja der andere Ben. der mit dem ersten Türchen anfängt. Und der sagt dann auch nochmal, ach ja, lassen wir das. Das ist immer schwierig mit den verschiedenen Vergangenheits- und Zukunftsversionen meiner selbst. Sehr verwirrend. Ciao. Ja, der Fasan begrüßt. Zum ersten Türchen des Adventskalenders. Heute mit dem Voice-Over-Ben, der den Fasan hier mal ein wenig kommentieren wird. Den haben wir gefilmt auf Baltrum. Also größtenteils hat ihm eine Frau gefilmt auf Baltrum. Und die Ostfriesischen wie Nordfriesischen Inseln sind tatsächlich so eine der Ecken, wo man sehr, sehr gut Fasane beobachten kann in ihrem ja nicht natürlichen Vorkommen, aber in ihrem sehr gut etablierten Vorkommen. Das natürliche Vorkommen wäre nämlich irgendwo in Zentralchina und andere Teile, ja von eigentlich fast überall in Asien, wo wir Graslandschaften, Steppenlandschaften mit einem eher warmen Klima und vereinzelt auch mal ein paar Gebüschen und Bäumen, solche Landschaften erwarten dürfen. Da kommt er her. Irgendwie muss man schon in der Antike da mal hingekommen sein, also vom Schwarzen Meer ausgehend vermutlich, um ihn dann auch nach Europa zu importieren. Ob da die Griechen schon bereits maßgeblich daran beteiligt waren, das wissen wir nicht. Aber spätestens die Römer haben den Fasan dann gehalten und kultiviert und auch nach Mitteleuropa wahrscheinlich eingeführt. Weshalb auch wir eben hierzulande auf die Idee gekommen sind, dass Fasan zu haben eine gute Sache sei. Er schmeckt hervorragend, gilt als ausgezeichneter Speisevogel und das dürfte auch der Grund gewesen sein, weshalb er so beliebt gewesen ist. Außerdem ist er sehr dekorativ und vergleichsweise einfach zu jagen und ja, die sportlichen Aspekte der Jagd dürften also auch mit eine Rolle gespielt haben, weshalb man den Fasan in Europa eingeführt hat. So, klären wir mal erstmal, was so ein Fasan den ganzen Tag treibt. Das, was er da gerade macht, das treibt er tatsächlich so etwa drei bis vier Stunden am Vormittag und dann nochmal so etwa drei bis vier Stündchen am Nachmittag, nämlich er sucht Futter. Da er ja aus eher trockenen Gebieten kommt, ist er durchaus darauf spezialisiert, solche sandigen Böden wie hier entsprechend umzugraben. Einmal mit dem Schnabel, aber er scharrt auch gerne mal mit dem Fuß und findet da dann vor allen Dingen Insekten. Ansonsten mag er aber auch durchaus vegetarische Kost wie Beeren, da hat er auch nichts dagegen. Aber so ein bisschen Insekten im Sande suchen, das ist schon ganz interessant, auch Engerlinge ausgraben und solche Sachen, da hat er Freude dran. Ja, der Tag eines Fasadens, insbesondere des Hahns, den wir hier beobachten können, beginnt damit, dass er so ungefähr eine Stunde vor Sonnenaufgang erstmal anfängt, den Revier laut zu machen. Den hört ihr jetzt gleich nochmal. Jeder erfahrene Naturbesucher hat das bestimmt schon mal gehört. Ja, und wie gesagt, damit legt er vor Morgengrauen los, macht das ein paar Mal und während er sich noch auf seinem Schlafbaum zum Beispiel befindet oder in seinem sonstigen Schlafversteck. Die allermeisten Fasane verwenden über die Nacht einen Baum, auf den sie sich einfach draufhocken, da fliegen sie hoch und sind dann da ziemlich sicher, davor gefressen zu werden. Das ist also eine gute Strategie. Einige wenige verstecken sich aber lieber irgendwo im Gebüsch oder gar an irgendwelchen feuchten Stellen, wo sie hoffen, dass sonst auch irgendwie niemand hinkommt. Was vielleicht evolutionär gesehen nicht die beste Strategie ist, weil wenn sie lauthals darauf hinweisen, dass sie da sind, dann könnte da halt eben doch jemand hinkommen. Übrigens hat der Fasan, vielleicht steht das im direkten Zusammenhang, nur eine sehr geringe Lebenserwartung. Ist vielleicht also nicht der klügste Vogel, der da draußen so unterwegs ist, aber ein sehr sympathischer, wie ich finde. Gut, wie dem auch sei, jedenfalls, nachdem er dann eben eine Zeit lang rumgegackert hat, beschließt er, den Tag mit der Nahrungssuche zu beginnen, macht sich auf den Weg in sein individuell, je nachdem, wo er heute unterwegs sein möchte, ausgewähltes Streifgebiet und macht da genau das, was wir hier gerade sehen können. Er bohrt im Sand, gräbt im Sand nach Futter oder knabbert mit seiner eingebauten Multifunktionsheckenschere da irgendwelche kleinen Knöspchen oder sonstige Teile der Vegetation ab, die ihm besonders lecker erscheinen. Übrigens, wie fast alle Hühnervögel, ist auch der Fasan darauf angewiesen, zur besseren Verdauung ein paar Steinchen zu verschlucken, die dann in seinem Magen quasi mit dem Nahrungsbrei fröhlich vor sich hin reiben, den Nahrungsbrei dadurch fein zerkleinern. Und das Ganze kann dann besser verdaut und schneller umgesetzt werden vom Fasan, weil kauen kann der ja nicht als Schnabelverwender. Und das haben also ganz viele Vögel und übrigens auch Reptilien, die ja beide zusammengehören, in dieser Aurobsidengruppe, die haben das alle gemeinsam, dass sie gerne mal so zu diesem Zwecke Steinchen verschlucken, um dann eben ihre Verdauung besser hinzubekommen. Ja, und gegen Mittag kommt unser Fasan dann auf die Idee, dass es jetzt erstmal genug ist. Er hat sich bis zu diesem Zeitpunkt den Kropf gefüllt. Der Kropf, das ist der Bereich quasi vorne am Hals. Das kennt man vom Pelikan besonders intensiv, dass der eben diverse Fische in seinen riesengroßen Kropf reinschmeißen kann, der dann auch irgendwann gut gefüllt ist, um dann eben mit verschiedenen gefangenen Fischen wieder von dannen zu fliegen, um damit beispielsweise den Nachwuchs zu versorgen oder die eben selber zu verzehren. Und auch der Fasan hat so einen Kropf, auch der ist relativ groß, da passt eine Menge kleinteilige Nahrung rein. Und den versucht er dann eben nochmal massiv voll zu machen, bevor er dann zur Mittagsruhe übergeht und verdaut dann nach und nach eben den Inhalt seines Krops, beziehungsweise entleert den dann nach und nach intern in Richtung Magen. Und ja, diese Verdauungspase verbringt er meistens schweigend, macht dann seine Nachmittagsrunde, bedeutet, er dreht nochmal voll auf, macht vorher noch ein paar Revierrufe, übrigens jeweils zum Beginn der jeweiligen Runde. Also einmal so am frühen Vormittag und einmal dann am späten Nachmittag, beziehungsweise so mittleren Nachmittag, sagen wir mal 15, 16 Uhr rum. Wenn die zweite Runde beginnt, kann man die Fasane eben also vermehrt, ohne Nahrung zu suchen, einfach so durch ihr Revier, Stapfen sehen und jeden Angagern sehen, den sie halt angagern wollen, weil dummerweise jemand im Weg gestanden ist, als er sie das nicht hätte tun sollen. Ja, der Vollständigkeit halber hier mal eine tolle Karte zur Verbreitung der verschiedenen Unterarten des Fasans, die es weltweit so gibt. Da kann man also schön sehen, er kommt halt eben von der natürlichen Verbreitung her wirklich bis zum Schwarzen Meer vor, ist jetzt vom Mittelmeer aus gesehen aber auch nicht so schwierig, bis zu den Fasanverbreitungsgebieten vorzustoßen. Und genau das ist eben auch passiert, weshalb er dann so nach und nach eben auch nach Europa eingeführt wurde. Spätestens als man dann weitere Strecken zurückkriegen konnte und entlang der Seidenstraße unterwegs war, um eben Handel mit China zu betreiben, hat man auch also die verschiedenen Unterarten des Fasans angetroffen unterwegs. Und weil der halt nun mal dekorativ ist, dürfte auch das stark zur Mischpopulation, die wir heute in Europa haben, beigetragen haben. Nämlich die jeweiligen Unterarten des Fasans sind alle fruchtbar miteinander kreuzbar. Da kommt also jedes Mal wieder irgendein Fasan raus, der fruchtbare Nachkommen haben kann. Das ist also ein und dieselbe Art. Wenn sich aber auch die Unterarten vermutlich stark mal unterschieden haben in der optischen Erscheinung. Insbesondere der weiße Halsring, der bei unserem Fasan hier in diesem Video nur so ein Anzeichen vorhanden ist. Also es gibt schon irgendwie einen, aber so richtig durchgängig ist er nicht. Den gibt es auch im total durchgängigen weißen Halsring. Und andere Fasane haben die dann wiederum überhaupt nicht. Dafür haben wir ein besonders drögliches Gefieder. Vermutlich ist unserer ursprünglich der Typ mit dem besonders dröglichen Gefieder. Ich erspare euch jetzt die Namen der einzelnen Untergruppen. Das ist jetzt nicht wirklich so spannend. Muss man übrigens von Jagd scheinen können, wird da häufig abgefragt. Aber ja, unser Exemplar dürfte eben einfach von denen abstammen. Dann aber doch nochmal ein bisschen Kontakt mit denen mit weißem Halsring gehabt haben. Und also seine Eltern natürlich. Und dementsprechend hat er jetzt fast einen weißen Halsring. Aber dann trotzdem eben auch noch die recht rötliche Brust. Ja, das ist übrigens, wie man hier sehen kann, eines der ganz, ganz wenigen Beispiele, wo ein Hühnervogel aus seinem natürlichen Verbreitungsgebiet heraus überhaupt irgendwo anders halbwegs erfolgreich angesiedelt werden konnte. Also bei uns ist er dementsprechend ein Neozon, aber da ganz bestimmt kein Invasiver. Im Gegenteil, man muss sich wirklich gemütlich und gründlich um den Fasan kümmern, damit der nicht aus Versehen wieder ausstirbt. Also er braucht die menschliche Unterstützung ein Stück weit, um bei uns erhalten zu bleiben. Nicht überall und auch nicht immer. Und tendenziell wird ihm wahrscheinlich der Klimawandel zugutekommen, weil er eher warme Steppenklimata bevorzugt. Aber ja, das müssen wir dann mal noch mal schauen, inwiefern sich der Fasan langfristig unterstützen und erhalten lässt. Ob das überhaupt notwendig ist, dass der Fasan bei uns weiterhin unterwegs ist, da kann man sich dann trefflich drüber streiten. Ja, vielleicht noch ein paar technische Daten. Ihr seht hier ein Weibchen. Das ist natürlich erheblich besser getarnt als der Gockel vom Fasan, weil das Weibchen ist natürlich wie immer alleinig für die Brüterei zuständig. Und die Brüterei erfordert natürlich als Bodenbrüter eine gewisse Tarnung, damit den Eiern nichts passiert. Jetzt muss der Fasan nicht zwingend Bodenbrüter sein, ist er aber fast immer ein richtiges Nest. In dem Sinne baut er nicht, wie fast kein Huhn das ausgesprochene große Nester in versteckter Art und Weise errichten würde. Also das ist auch hier nicht der Fall. Naja, jedenfalls wie gesagt technische Daten. Der Fasan gehört mit 70 bis 90 Zentimeter Körperlänge zu durchaus den beeindruckenderen Hühnervögeln. Man spricht hier allerdings noch von mittelgroß. Es gibt weltweit doch durchaus noch mal größere Vertreter, aber ganz klein ist er nicht. Bei diesen 70 bis 90 Zentimetern Körperlänge muss man der Fairness halber natürlich sagen, dass 45 bis 60 Zentimeter auf den Schwanz entfallen. Der ist ja schon sehr sehr lang, auch bei unserem Exemplar, das bei uns hier rumstapft. Und das macht natürlich das Tier dann insgesamt doch ein bisschen weniger riesig. Die Flügellänge liegt bei mitteleuropäischen Hähnen bei 230 bis 267 Millimetern. Das bedeutet, der hat halt eher kurze Flügel, muss mit denen auch ziemlich schnell schlagen, um überhaupt abheben zu können, was er kann. Und wenn er das dann tut, dann fliegt er doch immerhin mit 50 bis 60 kmh. Das ist also doch relativ flott. Allerdings kann er das nicht sehr lange und der Flug sieht ziemlich lächerlich aus. Der Fassan eiert so ein bisschen in der Gegend rum. Also kein direktes Geradeaus, wie man das von anderen Vögeln zielgerichtet gewöhnt ist, sondern er tut sich schwer, die Richtung einzuhalten. Dafür kann er einen senkrechten Start. Also er muss dann nicht irgendwie Anlauf nehmen oder so, sondern kann quasi fast senkrecht auffliegen, wenn man ihn stört, wenn man ihn ärgert, indem man irgendwo durchs Gebüsch stapft und der Fassan hockt drin und dann wird er gestört. Dann wird er im Regelfall auffliegen, ein kleines bisschen wegfliegen, wieder landen und wenn man ihn dann nochmal stürzt, dann geht das Spielchen von vorne los und das typische Verhalten wäre das, dass er nach diversen Aufflügen und Störungen dann irgendwann versucht, zu Fuß zu entkommen. Er ist durchaus ein schneller Läufer. Natürlich fliegt er nochmal ein bisschen schneller, als er laufen kann, aber das funktioniert wohl für den Fassan selber besser. Außerdem braucht er nicht ganz so viel Energie wie alle flugfähigen Hühnervögel, fast alle. Also ist Fliegen mehr so ein, ja, kann man mal machen, ist aber verdammt anstrengend und ist nicht als Dauerfortbewegung oder als Standardfortbewegungsmethode vorgesehen. Das ist nämlich schlicht und ergreifend doch zu Fuß gehen. Also man kann so einen Fassan auch stark verausgaben, indem man ihn zu mehrfachem Wegfliegen zwingt. Dafür braucht er einen Haufen Energie und das kann dann gerade im Winter ein Problem sein. Noch ein Grund, weshalb sie bei uns eher Probleme haben zu überleben, die lieben Fassane, nämlich der Störungsfaktor Mensch, ist gerade im Winterhalbjahr durchaus etwas, was die Vögel nicht gut vertragen. Ja, so ein Fassan wiegt 1,4 bis 1,5 Kilo. Bei den Hähnen, dies ist relativ nah beieinander, da gibt es also nur wenig Schwankungen, weshalb sie sich auch häufig prügeln müssen, um festzustellen, wer jetzt der Stärkere ist. Bei der Henne sind wir bei 1,1 bis 1,4 Kilo. Außerdem hat der Vogel, wie wir ja beim Bild der Henne schon gesehen haben, einen ausgeprägten Sexualdimorphismus, bedeutet, die Geschlechter sehen deutlich unterschiedlich aus und unterscheiden sich in Färbungen massiv, also man kann die auch nicht miteinander verwechseln. Übrigens, diese Rotfärbung am Kopf von unserem Fassan, die ist umso ausgeprägter, je mehr sich der Fassan gerade in Balzstimmung befindet, also Paarungsbereitschaft signalisieren möchte, um besonders schick für die Weiblein zu sein und besonders auffällig für andere Hähne, um klarzumachen, dass sie sich erstmal mit ihm anlegen müssen, um hier an die vorhandenen Weiblein ranzukommen. Übrigens lebt ein Fassan-Hahn meistens mit zwei, selten mal mit drei und noch viel seltener mit nur einem Weiblein in einer losen Beziehung, bedeutet, die teilen sich so ein bisschen das Gebiet, wo sie rumstapfen und er ist aber nutzlos. Was die jungen Aufzucht angeht, schaut aber immer mal wieder vorbei und ja, es ist so eine lose, man trifft sich hin und wieder mal wieder Beziehung. Übrigens, was er da jetzt zu essen sucht, ich habe gemeint, irgendwelche Kleintierchen, das ist auch so, Kleintierchen nimmt er auch gerne, aber vor allen Dingen gräbt er dann nach unterirdischen Pflanzenteilen, Wurzelstückchen und derlei Dinge, oder auch gerne irgendwelche Knospen, Quatsch, Knospen, Zwiebeln, Zwiebeln vor allen Dingen, sowas in die Richtung, ist dann durchaus noch ganz interessant. Ja, wichtig im Leben eines Fasanens auch regelmäßig bei Trinkwasser vorbeischauen zu können. Die müssen also häufiger mal wirklich einen Schluck Wasser zu sich nehmen, direkt per Flüssigkeit quasi. Also viele Tiere können ihren Trinkwasserbedarf über die Nahrung decken, der Fasan ist dazu nicht in der Lage und muss einfach wirklich trinken, wie wir auch. Das beschränkt auch sein Verbreitungsgebiet, beziehungsweise auch seinen ausgewählten Lebensraum in den Gebieten, wo er vorkommt auf Regionen, in denen Oberflächenwasser, wo er was trinken kann, verfügbar ist, was ihn dann wieder ein wenig einschränkt, wo er so alles unterwegs sein kann. Das ist auch so ein Stück weit ein Thema, worauf ich noch ein bisschen näher eingehen möchte, um dann auch bald zum Ende zu kommen, weil das ist ja Adventskalender und die einzelnen Teile sollen ja nicht unglaublich lang werden, weil sonst könnt ihr euch das ja niemals jeden Tag anschauen. Also wichtig meiner Meinung nach ist für den Fasan und dessen Verbreitung eben die Tatsache, dass der Lebensraum, den er benötigt, möglichst kleinteilig sein sollte und möglichst abwechslungsreich. Also der Klassiker ist die bäuerliche Kulturlandschaft, wie wir sie früher hatten, bevor eben die Großagrarbetriebe das Ganze deutlich eintöniger gemacht haben. Also ein schönes Mosaik von einem kleinen Tümpel, nebendran ein bisschen Graslandschaft, dann ein kleines Feldgehölz, also eine schöne große Hecke mit jede Menge verschiedenen Strauch- und Baumarten, dann wieder ein bisschen Acker, dann auch gerne mal eine Wiese, wo die Kuh unterwegs ist, also eine Weidefläche, dann auch mal ein kleines Wäldchen, wo dann auch gegebenenfalls die Kuh oder die Ziege oder das Schaf auch mal unterstehen können, verschatten, wo der Fasan auch gerne vorbeischaut und sich da noch ein paar Leckerlis abholt. Und vielleicht auch mal ein Stückchen wirklich richtiger wilder Dichterwald, wo der Fasan dann gar nicht so sehr rein möchte, aber doch das Vorhandensein des Ganzen scheinbar zu schätzen scheint. Ja, und damit haben wir auch schon das Problem des Fasans angesprochen. Als er hier eingebürgert wurde, zu Zeiten, vielleicht sogar zu Zeiten der Römer, war genau dieser Landschaftstyp, den ich gerade beschrieben habe, die einzige Landschaft, die es überhaupt gab, mal abgesehen von geschlossenen Wäldern, also zumindest jetzt für Deutschland. Übrigens, der europäische Bestand vom Fasan befindet sich zu großen Teilen in Deutschland. Großbritannien hat noch viel Fasan, vor allen Dingen dann auch noch Ungarn. Und das sind so, glaube ich, die Länder mit den drei größten Fasan-Populationen. Und viele andere haben auch noch ein bisschen, aber nur der Vollständigkeit halber. Ja, so, und da hat er sich also immer sehr wohl gefühlt in eben diesem Mosaik der Agrarlandschaft mit gewissen Waldflächen dazwischen. Und seit das seltener geworden ist, ist auch der Fasan massiv zurückgegangen, wo es ihn noch wildlebend in brauchbarer Zahl gibt, dann häufig eben noch in Resten dieser Landschaft. Und da muss ihm, weil diese Landschaft nicht besonders groß ist, auch häufig geholfen werden durch gezielte Hegemaßnahmen, dass man also die Landschaft extra für den Fasan anreichert, Strukturen schafft, die dem Fasan gut tun und den Fasan auf diesem Wege ein wenig unterstützt. Dafür zuständig fühlt sich häufig die Jägerschaft, die sich eben auch darum kümmern muss, dass traditionell und auch juristisch, dass eben das Wild, was sie schießen möchte, auch in ausreichender Zahl vorhanden ist. Sonst dürften sie ihn weiterhin nicht schießen. Und da sie ihn gerne nun mal schießen, weil er ja auch sehr gut schmeckt, ergibt das auch durchaus Sinn, dass sie dann für den Fasan viel tun. Das muss man also so ein Stück weit der Not, der Jagd hat man es überhaupt zu verdanken, dass der Fasan in Mitteleuropa so vorkommt, wie er es tut. Und er ist eine schöne Ergänzung für unsere Landschaft und damit zu den Neozonen zu zählen und nicht so sehr zu den Invasiven. Also das eine schließt das andere nicht aus. Neozon bedeutet ja erstmal neu eingewandertes Tier, beziehungsweise neu eingebürgertes Tier, je nachdem, wie man das dann jeweils nennen möchte. Und invasiv wäre es dann, wenn es dann sich unkontrolliert ausbreitet und Schäden anrichtet. Das tut der Fasan nicht. Im Gegenteil, Schäden macht er sowieso nicht. Und unkontrolliert ausbreiten tut er sich auch nicht. Eher befindet er sich im Rückgang. Die Lebenserwartung der einzelnen Vögel ist auch außerordentlich gering. Die Kükensterblichkeit sehr, sehr hoch, weshalb auch die Gesamtlebenserwartung ziemlich gering ist. Aber selbst wenn ein Vogel schafft, so ein adultes Stadium, also ausgewachsen zu sein, dann hat er trotzdem nur eine Lebenserwartung von im Schnitt etwa zwei Jahren, teilweise je nach Region, auch nochmal darunter. Und das sind nur die ausgewachsenen Vögel. Nimmt man noch die Jungsterblichkeit dazu, dann kommt man auf ein paar Monate pro Vogel, rein durchschnittlich, wenn man da alles zusammenrechnet. Und das allein in Anbetracht dessen, dass er eigentlich deutlich älter werden könnte, ist dann ein schönes Zeichen dafür, dass sie halt eben nicht in optimalen Bedingungen bei uns leben und die Hilfsmaßnahmen, die für den Fasan ergriffen werden, durchaus gerechtfertigt sind. Ist zumindest meine Meinung. Rein ökologisch betrachtet muss man natürlich sagen, wenn der Fasan wieder ausstirbt, dann hält sich der Einfluss auf unsere Landschaft in Grenzen. Er ist nicht super nützlich und ergänzt die Artenvielfalt nur um sich selbst. Schwer zu sagen, ob er dann auch irgendwelche anderen positiven Aspekte hat. Aber wenn, dann kennen wir sie zumindest nicht. Er hält die Kulturlandschaft auch nicht in dem Zustand, wie er selbst sie braucht. Da ist er quasi zu unbedeutend als vergleichsweise kleines Tier, um da einen nennenswerten Beitrag zum Verbiss der Pflanzen beispielsweise liefern zu können. Aber einen letzten großen Vorteil hat er dann doch, den möchte ich schnell erwähnen. Der Chinese Fasan ist nämlich hervorragend geeignet, um den anderen Chinesen Kartoffelkäfer wieder aufzufressen. Er ist also ein ausgesprochener Nützling für die Bekämpfung des Kartoffelkäfers und ein Fasan im Kartoffelfeld zu haben, ist also was, was sich hoffentlich jeder Kartoffelanbauende darüber freuen würde, weil das harmonisiert sehr gut. Scheinbar weiß der Fasan noch instinktiv, dass der Kartoffelkäfer was ist, was er aus seiner Heimat kennt und aus seiner Heimat noch gut auffressen kann und vertilgt dann wirklich, obwohl er ja sonst eher vegetarisch lebt, bis zu sehr großen Mengen des Kartoffelkäfers. Und ja, allein für den Zweck sollte man ihn sich vielleicht warm halten und ich mache noch ein letztes Mal das Geschrei vom Fasan, wollte ich euch noch ein letztes Mal einblenden, weil der Vogel ist ja auch sehr, sehr sympathisch, also ich mag die total gerne. Ja, und damit so ein paar wissenswerte Dinge zum Fasan und bis morgen! Genau. Ja, danke. Genau. 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 Mitchell 這個